Das hier sind die drei größten Nintendo-Charaktere. Man darf es aber nicht zu genau nehmen, weil sie in jedem Spiel ein bisschen anders groß sind. Platz Nummer 3 ist nicht Rosalina, sondern Waluigi mit 2,16 Meter. Also Waluigi ist zwar nicht der größte hier, aber dafür immer noch der größte Bananenschiller, den ich jemals in einem Nintendo-Spiel gesehen habe. Wieso kann Rosalina nicht einfach ein paar Zentimeter größer sein, dass ich diesen Knechtchen nicht in diese Liste nehmen muss? Ich bin der Waluigi-Hater Nummer 1. Platz Nummer 2 ist Bowser mit 2,62 Meter. Also fast so groß wie mein... Wie mein Zollstock natürlich, was habt ihr denn gedacht? Und Platz Nummer 1 ist die mutierte Piranha-Pflanze mit 3,89 Meter. Dafür seid ihr aber die größten, wenn ihr jetzt rein folgt. Ganz klar!